Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt schon jetzt geschaffen haben. Wir müssen jetzt mal dazu sagen, bisher ist noch nichts eigentlich. Aber man muss sagen, das ist der erste Mal am Wochenende. Ich weiß nicht, ob die da wirklich... Nein. Jetzt, wo ich die Wiederholung hier sehe. Also ich weiß auch nicht, was mit dem Paket passiert ist. Hast du eine Ahnung? Ich habe mich jetzt darum gekümmert. Guck doch mal beim Facility Manager an, der weiß sowas noch nicht. Ja. Ja, hallo Facility Management, was gibt's Chef? Ja, Servus. Wollte mal fragen, wie es aussieht mit dem Paket für den Eddy. Weil bisher hat keiner mehr das von gehört, muss ich zumindest sein. Ja, das ist doch vor einer Woche schon weggeschickt worden. Müsste eigentlich schon nichts da sein, oder? Ja, eigentlich schon, aber was machen wir jetzt? Dann würde ich vorschlagen, vielleicht den Doktor Frey von Human Resources anzurufen. Der könnte das wissen. Ich hole den mal in die Leitung. Ja, klar, klar, klar. Dann. Dr. Frey? Ja, Servus, Dr. Frey. Servus. Wie sieht's eigentlich aus, wenn du beschenkt für den Eddy? Bisher weiß eigentlich keiner so recht, was damit noch passiert ist. Hast du eine Ahnung? Ist es nicht angekommen? Trotz Sendungsverfolgung? Supportiges Meeting in der Werkstatt. Lasst es uns suchen! Das ist doch unser Paket, oder? Ey! Bleib mit unserem Paket stehen! Verdammt! Das ist er! Das ist unser Paket! Das sieht genauso aus! Blödes Sau! Verdammt! Hey, der steigt in den Auto ein! Fuck! Der fährt weg! Den haben wir! Das Schwein holt bei uns! Ich muss mich pushen! Verdammt! Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Da drüben! Guck mal! Da ist was? Oh ja! Da ist er! Dann kriegen wir das Schwein! Wo ist er? Dreh bei! Dreh bei! Herr rennt weg! Herr rennt! Das Schwein kriegen wir! Oh ja, Mann! Jihaa! 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 Er ist tot! Jihaa! Jihaa! Schwein! Schichtestohl! Aua! Da haben wir uns das geschenkt bei Eddy wieder! Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was soll das? Das ist... Androjen-Zwein des Westens! Androjen am Arsch! Also Leute, wie ihr seht, das hat nichts gebracht! Ja, wir haben jetzt ein super Schwert, aber das ist nicht etwas geschenkt! Ja? Also was machen wir jetzt? Nach Hamburg ist es Arschwein! Ja? Wir müssen Zeit sparen! Wir können ihn nicht ewig warten lassen! Ich würde sagen, wir teilen uns auf! Ja! Jeder übernimmt etwas! Ja! Ist das super? Ich könnte einen Scan anfangen, von der Umgebung! Ja! Sehr gut! Jetzt halte ich! Okay, gut! So wird's gemacht! Achtung mal Leute! Was machen wir eigentlich mit dem Kadaver? Wow! Oh... Voll! Oh... Also... Oh! Oh! Oh... Oh! 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 Die Scheiße, wo bin ich denn hier? Die Christauswahl, Etienne, und der Tempel des Phallus, alles klar, 500 Meter, okay. Okay, Sabine, ich hätte gerne, dass du einen weiteren Scan für mich ausführst. Sagen wir mal, in einem Umkreis von 50 Quadratkilometer, und zwar Ronto, bitte. Wonach soll ich suchen, du Dreckschwein? Suche bitte nach außergewöhnlich prächtigen Energiequellen, und nicht in dem Ton, bitte. Scanvorgang läuft. Keine prächtigen Energiequellen gefunden, nur eine schmächtige zwischen deinen Beinen. Ähm, dankeschön, Schätzchen. Gut, dann bitte direkt einen Kurs nach Hamburg nehmen. Fuck, Alter, was soll denn das hier? Scheine, fuck. Tümpel? Tümpel? Der Scheißkater ist kein Tümpel. Nee. Oh, das ist doch scheiße. Was soll denn das? Fuck. Oh, das ist doch scheiße. Neun, neun, zehn. Jawoll. Gut. Na gut. Funktioniert in jedem Videospiel. Aufschießen. Töten. Ultimative Zerstörung. Na gut. Expelliarmal. So. Nun zu Level. Das muss drin sein. Oh Mann. Level 10 Pflege. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das mit der Abfilmung? Das Ding ist weg. Ich hab mir so einen Arsch aufgerissen. Ja. Ich hab einen Scan gemacht. 50 Quadratgel mit irgendeiner Umgebung. Ach, wie mein seltsamer. Ich bin durch die Warte reingelaufen, um Scheiß Level 10 Pflege zu finden. Ari! Was machst du da eigentlich? Ist hier alles scheißegal. Was ist denn das? Geheim Projekt GAD, Alter. Das ist es doch, oder? Ja, das ist gut. Hau's rein. Ja, Mann. Das ist doch, oder? Sie werden es schon mal kaput. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020